Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, willkommen weiter bei Folge... weiß ich nicht. Okay, starten wir weiter. Klick. Oh, jetzt wird's dramatisch. Wenn er es wüsste, nicht wahr, Eike? Mhm. Mit dem komm ich klar. X. Sicher? Boah, er macht schon fast wie er die Batman-Schwörs ist. Oh, nein. Die Psyche, jetzt driftet er immer weiter nach Two-Face ab. Mhm. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Kein Netz. Oh, jetzt eskaliert es. Ich will nicht mit dir gehen. Häusliche Gewalt ist nicht cool. Oh, nein, Eike, er holt sie raus. Jetzt ist es vorbei. Hallo, Two-Face. Oh, das war knapp. Schizophreni. Oh, 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 oh. Selbst Besteck immer in der Schublade lassen. Nein, einreden. Rede auf ihn ein. Oh Gott, bitte. Ich will nicht allein sein, Bruce. Bitte nicht mit ihm. Aber ich kann nicht. Oh Gott, ich kann nicht hören. Du bist nicht allein. Wir sind gerade hier. Okay. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Meine Schuld. Harvey nicht. Bruce, ich... Ich bin nicht allein. Ich bin nicht nur von mir. Ich bin nicht allein. Ich bin nur für mich. Ich bin nur für mich. Das ist 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 nur für mich. Du weißt du nicht, was du machst. Ich gehe. Ich geh nicht dazu. Ich versuche deinem Hilfe. Ich gehe einfach mit deinem Bezeln. Six. Ich bin sorry. Ich bin so sorry. Harvey! So viel für diesen Ort. Ich werde nicht aufhören und warten für ihn zurück. Ich dachte, es wäre Zeit, bevor ich wieder muss. Ich denke, es ist ein Wissen. Du musst nicht Angst haben, Harvey. Du kannst ihn behandeln. Ja, denn ich möchte wirklich hier bleiben, wundern, wann er aufhören wird. Wenn er aufhören wird, wenn ich bereit bin. Nein, danke. Ja, das bedeutet, dass du auch. Hey, komm doch zu uns! Ich, Pi, genau, Pi. Keine Angst. In der Serie gibt es ja auch immer ein und aus. Komm, bleib mit mir. Äh, ich weiß nicht. Es gibt viel Platz. Du kannst dich aufhören. Du kannst dich aufhören. Ich denke mir das. Guck. Und wo? Wie war das? Ich bin in der Presseventie der Resignation zu erwähnen. Ich habe mich glücklich mit Oswald Cobblepot verbringet. Hm, ich werde abbewussten. Das ist eine gute Idee. Ich muss Gotham fahren. Den Gotham steht an erster Stelle. Wir haben ja genug Zimmer. Das ist ein Beweis dafür, dass die Bösewichte im Batman alle tragische Figuren sind. Meistens. Das ist zum einen und zum anderen. Sorry about all this, Bruce. We have prepared a brief damage control statement. It's easier. After I introduce you, all you have to do is read what's on the teleprompter. And then I can take it from there. Got my little coronation speech, just waiting. And please, Bruce, try to be on your best behavior. The very best. Wouldn't want to bring any more shame to the Wayne family name. Now would we. Arschreng. Natürlich. Angela Merkel schon wieder. Na ja, du musst da denken, es geht um die Firma. Your entire legacy depends on your cooperation. Get through today and I can help you. Mit was denn? I can convince the board to bring you back. It might not be CEO, but it will be something. A step to the game, which are being forced to give up. But I will mitspielen. This is what is best for Gotham. Of course, Regina. Whatever I can do to help. That's good, Bruce. Trust us to sort this all out. Everything will be fine. Bruce, what's your opinion of the shiner? Regina wanted me to cover it up with makeup. She doesn't think it looks very dignified. So right there. Yeah, I think there's a fine display of what the moral high ground looks like. Mr. Cobblepot. All what a good fun? Honestly. A thrown punch is just water under the bridge. Right, Bruce? Ja, ja. Steht dir gut. Ja, genau. Deine Nase ist ein bisschen schief. Das ist dein Erwerbespruch. Ja. Es ist übrigens interessant, dass das Monokelauge ist. Ja, das ist das Monokelauge. Ja, das ist es auch. So weit sind Flaschenboden. Ist doch ein Ohler. Ich kenne dein Geiles. Du bist nur ein Pond, Oswald. Und jeder weiß, dass Ponden ist, um sich zu verabschieden. Vielleicht. Aber zumindest habe ich die Freude von deinen schocken und überraschenden Dissenten erst. Das ist aber immer der Spaß. Das ist aber der Spaß. Das ist ein... Sein genug, es wird Cobblepot Industrie, Cobblepot Medical und Cobblepot Tech auf den Bühnen auf den Bühnen. Und du Weins wird die du schon mal beherrnig all along. A forgotten footnote. Cobblepot wird kommen zu mir die Zukunft der Gotham. Und Wayne. Die Geschichte ist mir immer noch nie. Was die Wains built würde nicht sein können ohne die Cobblepots Oswald. Ich denke, du verdienst es so viel wie ich. Bloody right, ich bin. Ich bin mir gerade gekommen, zu meiner Meinung nach. Oh, ich habe vergessen, ich habe ein bisschen dicken. Und du kennst das, wie old Hill hat er seine Mutter und Mutter getötet? Ich habe herausgestellt, warum er es gemacht hat. Oh, ja. Und ich erzähle dir die Geschichte, aber nur wenn du dich sagen, Tja, lügen oder Stopp-Seike? Sie sagte, sie wollte nicht ein Teil davon sein. Nun, du kannst es mir vorstellen, Hill war nicht zu stark an dieser Idee. Also hat er ein paar Dollar von Joe Chills weg und, naja... Du sahst das Rest, Mann. Und jetzt würde Bruce Wayne ein paar Worte sagen. Er ist echt ein Sympathieträger, nicht wahr? Ja. Ein Wichs, ein verbitterter Wichs. Wollen wir uns jetzt an die halten, was da steht, oder wollen wir über unsere eigene Sache bringen? Eigene. Ja. Sie fingen mich zu lügen. Oder wollen wir zu Anfang erst mal so anfangen, dann später lügen? Ah, erst anfangen. Nur mal anfangen. Nur mal anfangen. Sie wird uns dann vielleicht nicht gerade mehr mögen, aber hey, so jetzt können wir dann nochmal aufs Wort nochmal eins reinwirken. Ich. Ich. Ich weiß, was mein Vater getan hat. Ich weiß, wie viel er dich tut. Aber ich bin nichts wie ihm. Nein. Ach, schade. Ich hätte noch ein bisschen mehr gesagt können. Ich weiß, wie viel er dich tut. Ich weiß, was ich nicht sagen will. Ich weiß, was ich gut anwenden. Was? Das ist kein Bucheschreiber. Der Joker kommt! Natürlich! Du bist mit den Kindern von Arkham? Nein. Ich bin die Kinder von Arkham. Ba-bam-bam! Das ist... Ich denke, es ist die Zeit, in meinem eigenen Namen. Ich bin Lady Arkham. Und du kennst dich bereits den Pängeln? Schau ihn da da! Er nimmt alles, was solltet ihr. Er schützt dich. Er schützt dich. Er schützt dich. Er denkt, er kann das weggehen. Oh nein! Ah, das haben Psychoaktive Drogen wohl jetzt an sich. Hilfe! Wir sind keine Freunde! Nein! Das wäre so einfach! Nein! Das wäre so einfach! Und das war Episode 3! Das war aber mal ein heftiger Rausschmeißer, nicht Weike? Okay, vergleichen wir nochmal eben die... Vergleichen, wie die Leute abgestimmt haben und ging es zu uns. Okay, Montoya geholfen haben die meisten Leute. Die haben auch entschieden, dass Montoya mehr Schaden... Und weiter! Dass Havi sich um sich selbst kümmern könnte. Weiter! Und wir... Nur ein kleiner Teil von Hansi provozieren lassen. Hm! Die scheint nicht zu durchspringen. Einfach nur durchgelaufen. Hm. Ja, und wir haben ihn als... Okay. Wir haben ihn als Maulwurf behalten. Und das Offensichtliche nicht wahr? Hahaha! Ja! Könnt man sagen... Das ist doch... Weil... Das ist Male Fantasy! Ach, Maulzu! Und wir haben ihn verschont, wie die meisten Leute. Nicht, äh... Zugeschlagen. Hm. Eigentlich ganz... Ganz gut... Ja... Gute... Mittelding, wenn ich das nennen kann, ja. Okay! Bis zur nächsten Folge! Tschüss! Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Episode 4. Bis dann! Ciao!